gut vorbereitet plus sechs prozent körperscham plus sieben prozent gold cool was haben wir denn da noch ja wir haben also das haus befreit wir sind jetzt bereit nach alabastra vorzureisen das ist das letzte gebiet da wird uns gut erwarten und bestimmt auch andere tolle dinge ich bin jetzt schon sehr gespannt die zeit der rache wir gehen mal kurz aufs quest lock trifft verbündete jetzt werde ich wieder wehmütig weil ich merke dass das spiel aufs ende zu geht einfach weil wir so viel zeit hier in die spiel schon rein investiert haben und noch mehr rein investieren könnten aber ich schätze es ist bald vorbei das macht mich gerade ein bisschen traurig klünern leichnam sehr nett das haus des stolzes hat seine tore geöffnet und uns als champions ehrenhalber willkommen geheißen sie behaupten zwar das sei reine gastfreundschaft aber ich schätze wir müssen uns bei euch bedanken jetzt kommt allerdings der schwierige teil wir können chlorikon zwar halten und sogar ein wenig nach alabastra vordringen aber uns fehlen die streitkräfte um gadflo zu belagern gerflos also nicht aushalten ich brauche keine armee wo armeen zum scheitern verdammt sind habt ihr die chance erfolgreich zu sein aber ihr werdet nicht allein sein die armee wird am zugang nach alabastra einen stützpunkt errichten in der zwischenzeit teilen wir fünf uns auf und dringen in das land ein so schnell und leise wir können wir treffen uns beim haus der rache direkt an gardflos türschwelle von dort aus greifen wir dann bale an das herz seines reiches ok wir sehen uns in alabastra wir gewinnen nichts indem wir abwarten was verheimlicht denn hier legen wir los mehr als ihr denkt aber ich verspreche euch dass ich euch alles erklären werde nachdem gadflo tot ist vielleicht ok wir sehen uns in alabastra ok wir müssen auf auf ich glaube nicht dass ich einfach so durchrennen werden können tun sein sollte was auch immer es wird nicht so simpel wie es glaube ich gerade aussieht es kann es einfach nicht sein einkaufen hat er irgendwas was wir gebrauchen könnten nee sonst nichts so unbeugsam weg ein panzer seelenlinie eine ferne so sieht das schon mal besser aus den bus sinne schärfe haben wir schon erlernt alter falter guckt euch diese viezahnsachen an träne mit taus jäger fühlt sich zwar kalt ist hier marktlos mädchen strahlt eine beruhigende auch aber sie stehen so zerlegen das müsste ich mal auf dem makro legen das hat 1000 hinterdrückt so ja dann lasst uns mal gucken wie weit wir hier vordringen können und was wir uns für gegner erwarten geht's hin da nach links müsste da hin sein wir setzen uns jetzt mal hier ein wegpunkt hin kann ich gar nicht warum auch immer ja wir versuchen hier erstmal irgendwie durchzukommen gucken was uns hier so erwarten wird da vorne kann ich mal tauchen ok oder auch einfach mal so durchsuchen hier vorne liegt eine leiche gehen wir hier funken hier haben wir mit hier ist ein wasserfall da unten ist es mehr das sind ok die schaffe ich auch noch auch drei priester das ist uncool steht euch eurem untergang nur alter für dich hasse priester der kreislauf erwartet euch flutsch ja ist klar ecklich flutsch 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 fertig so dann bräuchte man heila es wäre cool weil ich bin sowohl vergiftet als auch verflucht ich weiß noch nicht was die dinger gerade mal machen wo kann ich das nachgucken effekte 100% blutungsresistenz minus 30 haben wir hier ne ne gemschleifen einkaufen heilung also heilung wäre gerade echt mal etwas was ich sehr begrüßt würde einkaufen kann ich hier auch einkaufen äh bedauern großart und vergleichen der ist besser als meiner händler schön schwitzelzring raffinesse fähigkeiten 20 mindesausforderung goldbeute der hat aber soweit nichts wo ich sagen würde ok nehm mal mit ich muss einfach leben zu rauben das schwert will ich ja gleich beide mit wo ist der heiler meine großmutter hat mir immer gute nachtgeschichten über die familie ich sehe hier keinen heiler hier ist gar kein heiler hier habe ich getrollt da ist heilung so ich schätze gleich mal eher hier ist der heiler heilung genesung mich aufheben inventar waffen primär flutsch sekundär ja komm eben zu rauben ist glaube ich echt gerade mal cool ähm ja dann wieder nach alabastra eine folge muss ich noch aufnehmen nach dieser hier so 8 minuten plus 15 sehen wir wie viel wir da voll kriegen so gebietskarte wir müssen also tatsächlich da oben lang geht's denn da lang zum echo stahlen ok der soll uns gerade mal gestohlen bleiben glutauge schöne waffen sind das definitiv fair gorter na wie ist es mit euren eigenen waffen irgendwie hier gerade angegriffen zu werden so ungefähr kann man fair gorter eigentlich auch leben rauben weil eigentlich haben sie ja gar kein leben weil ich beziehe leben immer so ein bisschen auf blut und den die haben kein blut deren knochen zertrümmere ich halt einfach weswegen sie sterben beziehungsweise weswegen sie sich aber nicht mehr wehren können bei den anderen raube ich ihnen halt das blut um mich zu heilen so stelle ich mir es zumindest vor ich glaube wir müssen echt einfach nur dem dicken fahrtier folgen und werden dann auf unseren entgegner wohl treffen wobei ich nach der fünften folge auch einen aufnahmestopp machen werde einfach aus dem grund weil ich heute noch ganz viel aufnehmen werde wenn ich dann irgendwann noch zeit habe die ich nicht haben werde also wahrscheinlich erst nächste woche denn heute ist übrigens der dritte advent dann würde ich noch weiter aufnehmen probier mal so ein neues schwert aus sagst du seht euch den schaden an der rauskommt und mit jedem treffer werden wir geheilt ist das cool so plündern wir wollten uns also leise hier reinschleichen gut geklappt für dich das massage präser sind hier keine bei oder jo komm schieß aber mit dein schwanz auf mich hätte ich beinahe gesagt hau mit deinem bogen flutsch aua wo jetzt hat man schicksal bereit dass wir uns aber nicht so viel jetzt gerade mal aua jetzt schluss hier wir gucken wie viel leben ich den kriegen aua ordentlich was was ich kriege so liegt hier irgendwie eine kiste um nö cool sehr gerne mal eine kiste für mich platzieren können ey ich hab's ja gehutscht ich muss gerne gehutscht der fahrt wird wo lang ach hier ok gebietskarte wir müssen nach vorne durch die ganzen tölpels aber es sind nur drei stück äh vier stück deswegen werde ich hier mal kein abrechnungsmost aktivieren was war das doch gleich du Fick bam eigentlich wäre es ja cool hier noch unser nächstes Schicksal zu bekommen wegen Macht da fehlt uns ja gar nicht so viel aber ich glaube nicht dass wir es schaffen werden ich glaube dafür müssten wir 35 oder so sein Moment ne müssen wir so 37 sein circa ich schätze 37 würden wir erst das neue Schicksal bekommen das werden wir definitiv nicht mehr schaffen also mit dem Quest wäre das überhaupt kein Ding schätze ich kann aber ohne dem Quest kannst du das glaube ich glatt mal knicken aber es sind schon wieder drei Priester das früher gewusst hätte ich doch anders was gemacht das war mit schicksal aber das kam her hier warum treffen die ihre eigene nicht ist auch kacki ist ich bin jetzt theoretisches schild benutzen hätte keine menschen achja er hat ja eine magie barriere so hier gold beutel gold die sinne schärfe habe ich ja schon mal angesprochen ich finde es echt cool mit dir sinne schärfe weil es ist einfach nur logisch ich meine du ich suche eine leiche und ja normaler der Kerl würde einfach nur gucken okay hat er jetzt hier irgendwie was in seinem beutel rumliege ne der guckt halt überall nach wie bin ich gestorben genau weiß ich das nicht aber es muss irgendeine wahnsinnig mächtige Quelle der Magie gewesen sein so mächtig dass der Seelenquell gar nicht anders konnte als sie wahrzunehmen ihr wart auf den Quell in meinem Labor eingestimmt und doch war es Yu's Quell der eure Essenz eingefangen hat es scheint als wäre diese Macht im Veil das fehlende Element gewesen außerdem glaube ich dass diese Macht auch die Quelle der Prismeakristalle ist sie ist irgendetwas intelligentes und bösartiges sie ist das was die Tuatha tier noch nennen was genau ist tier noch irgendetwas unglaublich mächtiges ich weiß nicht ob wir für das was sie ist überhaupt einen Namen haben vermutlich weil niemand lange genug gelebt hat um ihr einen zu geben aber sie ist kein Gott sondern etwas weitaus schlimmeres und angesichts des Wachstums dieses Prismeer würde ich sagen dass sie kurz davor steht endgültig in unsere Welt zu kommen alles was Gott so getan hat diente allein dem Ziel sie hierher zu holen und deshalb müsst ihr ihn aufhalten bevor es zu spät ist ich hasse Rubbellose ich habe gerade meine Adventskalender aufgemacht diese Rubbellose sind immer in dem Prinzip dreimal das gleiche Feld dann hat man halt gewonnen und bei dem letzten das ich hatte war maximal gewinnen irgendwie 15.000 ich hatte dabei waren hier damals bei Leibe nicht so viele Tuatha und wir haben uns außerdem durch Magie vor ihnen verborgen Magie die übrigens ihr besorgt hattet ihr habt mir nie erzählt woher ihr diese faszinierenden kleinen Artefakte hattet google internet ähm ja da musste man irgendwie drei gleiche Symbole hatten und unten schreibt ihnen das was man gewinnt hat